Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 und stirb ich als alter zenturio hier ups nein ich bin gar nicht an die balliste ja wobei wir wissen dass es gar nicht schlecht sein kann wenn man ja sobald die bogenschützen halt da sind jetzt aktuell bringt es nichts klassisch in kopf getreten wirklich die aber das muss wehtun um schützen ja aber hier ist noch zu viel los hier oben vielleicht hilft uns war ein fokus und die bogenschützen oder hier ist richtig verdammt ist richtig noch hin richtig noch hin mein spiel ist verpackt ich konnte nichts mehr machen ich bin tot er stand bei mir nur noch und hat nicht mehr auf befehle reagiert schon wieder nicht irgendwie heute nicht danke ich freue mich mal weg ok das geht sagt und schön in die fresse und aufgespießt aber wir müssen langsam ja die energie ist jetzt auch ich habe nur noch sechs sekunden und jetzt sterbe ich ich würde sagen wir nehmen aber noch eine runde rein weil eine drei minuten folge ist dann noch ein bisschen sehr kurz her und da das überleben ja sowieso nicht so lange anhält zeigen wir noch eine andere map kommen wobei auch nicht so geil ja ja die gerade gar nicht so neue spielliste nimmt er jetzt selber was oder kann ich mir noch nie du kannst jetzt was aussuchen ich kann die insel die insel war gut runter von meiner insel mit den göttern haben wir jetzt schon jeweils zwei sachen freigeschaltet es gibt dann spezielle schild oder ein spezielles schwert ganz praktisch für den anfang sehen wir ganz schön dass wir andere schilder als in den ersten folgen haben aber ein bisschen eine andere form ja und also man braucht halt also dieses überleben jetzt haben wir gerade drei minuten überlebt der rekord lag bei was hast du gesagt bei diesem wald bei etwas über zwei stunden etwas über zwei stunden hat einer überlebt also es dauert eine weile bis das hier richtig losgeht und jetzt runter von meiner insel nicht also den modus mag ich richtig gerne dieses runter treten die hinrichtungen hier sind da ich klasse wenn man so ein ticken hier und wieder mit dem knie ins gesicht auf dem kopf und jetzt runter von meiner insel nicht ins kreuz das hier ist meine insel errungenschaft perfekt ich habe 30 leute runter gestoßen ich bin gerade im zorn modus das liegt an meinem gott über die brüstung und wir gehen immer ganz locker runter bis hier mal runter mein kumpel und locken und kehl auf und tod und da mache ich liebe dass die leute runter zu stoßen weg mit dir und wo den nick gebrochen ganz locker mensch nicht jawohl da flogen ein paar von der insel das kann man so sagen aber ich glaube es hat jetzt nicht dazu gezählt ne ich glaube tatsächlich das musst du mit hinrichtungen schaffen du verlässt du da mal meine insel hier ne dankeschön und jetzt auf den bahn mit ihr und weg mit der und ich bin auch auf dem boden ja meine combo ist jetzt dadurch kaputt gegangen ich hatte 116 der combo die runde läuft auch deutlich besser ja ich bin gleich richtig das bestand kritisch macht doch hier alles ja irgendwann kommt immer der punkt wo man keine energie mehr kriegt so richtig für die inrichtungen ich weiß auch nicht woran das liegt weil publikum ist auch begeistert ja jetzt bin ich auch da und schon wieder da und feile und schade 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 also irgendwie ist immer manchmal in den runden kommt an dieser punkt wo man hat wirklich keine energie mehr für die inrichtungen bekommt weil ihr das ja gesehen ich habe also guck bitte kurz meine höchste combo an ich glaube so gut war ich noch nie guck dir meine erfahrungspunkte an das reicht glaube ich schon eine 116 der combo habe ich hingelegt habe ich noch nie geschafft also ich glaube dein höchstes war auch glaube ich um die 80 oder so ne ja ich bin echt gut durchgekommen wir sehen das auch wie gesagt an den erfahrungspunkten ja leider kommt dieser punkt hoffentlich nicht in der nächsten folge vielen dank fürs zuschauen macht's gut ciao